Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Wir haben hier eine Erfahrung mehr. Klingt zwar nicht viel, ist aber auch nicht viel. Naja. Gut. Naja, okay, gut. Macht schon was aus. Und direkt wieder kommen sie zu uns. Und wollen uns das Leben einfach nur erschweren. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. ja und falls es ist momentan spielt Expanol und Irland Spanien gegen Irland und es steht 1 zu 0 ja momentan ist doch echt dieses Fieber ausgebrochen aber dazu natürlich in einem anderen LPA mit dem man mehr reden kann namens Minecraft Minecraft mein Minecraft Massen Grab da war ich noch gar nicht drinnen ich muss das sagen ja dann waren wir halt jetzt hier und gehen wieder und wer hier hängt uiuiui der Arm zack stirbt sooo die berüchtigte Kathedrale von Tristran ich bin jetzt ganz in der Nähe des gefallenen Sterns ok dann geh mir rein und die Türe öffnet sich episch sooo sooo oh 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 ich geh mir da nee ok wir gehen rrrr ja so jetzt sind wir in der Kathedrale Ebene 1 landen und ja und gehen wir mal runter äh ähm ja wow wow hier ist der Stern also zu Boden gefallen das Ziel meiner Jagd muss in der Nähe sein ok ok gut oh tschüss h vom Ferne kämpfen wir hier zugrunde geht's mit dir immer vorsichtig sein hier oh und zack war das eine gute Idee ich höre schon oh 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 nehmen wir mal Heidrank nicht genug Hass jetzt hab ich euch ja mischt ihr Fledermäusen der Viecher oder was auch immer oh eine üble Seuche hat das Land ergriffen und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert die bösen Mächte die hier lauern verleihen ihnen Stärke und ich fürchte das Schlimmste steht uns noch bevor klingt nicht gut genauso was nicht gut klingt ist welche Richtung schlagen wir ein aber jetzt gehe ich mal ganz kurz ähm ähm am nächsten Speicherpunkt mache ich kurz Pause ok ich werde nur noch mehr gefürchtet Stufe 4 jawoll und noch meine aktive Fähigkeit das schauen wir gleich mal neuer Fertigkeit ihr stellt eine Falle auf die Gegner die sie passieren verlangsamen so das haben wir jetzt auf 1 ihr ver... so machen wir halt mal das und dann verlangen wir jetzt verlangsamt sooo attacke ja na gut jetzt sind wir wahrscheinlich bald voll von gut dann geht es mal weiter stirbt ausfeder meister habe ich zugehört sind wir im kreis gelaufen aber verlangsamt genau gar nicht ich habe nicht genug die grotesken mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen aber sie bergen viele gefahren in ihren unförmigen körpern unter dem monströsen fleisch lauern dornen und in ihren körpernisten widerwärtige parasiten man sagt diese gestalten des grauens wurden von einem großen übel erschaffen eine düsternis die selbst ich nicht ergründen kann okay und jetzt mal weiter die die Das war's für heute. Ja, wie immer viel reden kann man in dem Spiel halt auch nicht, das ist klar. Einfach zuschauen und genießen, geredet wird in Minecraft. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.